Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier. Kommen wir zu einem neuen Update vor dem Haus. Zitruspflanzen, Erdbeerbaumfeigen, japanische Wollmispel, Granatapfel und so weiter. Werdet ihr alles in dem Video sehen. Und ihr seht, die erste pinke Grapefruit färbt sich hier schon aus. Richtig schön. Das heißt, das dauert aber hier noch locker einen Monat, bis die dann reif sein wird. Und inzwischen ist es absolut klar, dass es sich hier um zwei Erdbeerbaumsorten handelt. Ihr seht, der erste Baum, der letztes Jahr extrem viele Blüten hatte, hat diesen Herbst entsprechend viele Früchte. Also die Pflanze hängt richtig voll. Die andere Pflanze, wo ich ja immer gedacht hatte, ja es muss eine zweite Pflanze sein, hat zum einen hier einen Grashüpfer. So, jetzt weggehüpft und ist dafür dieses Jahr extrem am Blühen und hat dafür deutlich weniger Früchte, weil sie ja letztes Jahr nicht so viel geblüht hat. Hier und da sind ein paar Früchte, aber es ist sehr überschaubar, was jetzt im Gegensatz an Blüten vorhanden ist. Es ist um Welten stärker ausgeprägt als das Jahr davor. So, ich habe ja gesagt, es geht auch noch ein bisschen um die Feigen vor dem Haus. Hier seht ihr die Feige, die letztes Jahr einen Sturmschaden hatte. Das heißt, letztes Jahr war sie auch schon mal in der Größe und dann ist sie komplett auf einen Meter abgekappt worden durch den Sturm. Und das hat sie jetzt locker wieder weggesteckt und hängt auch richtig voll mit Feigen. Das ist schon die zweite Ernte und jetzt gucken wir mal weiter. Tja, hier ist die kleine Limette, die den Frostschaden jetzt so langsam überstanden hat, überwunden hat. Die hängt auch richtig voll mit Früchten, wie man hier sehen kann. Das wird aber erst nächstes Jahr soweit sein, dass die Früchte reif sind. Das ist immer anders bei der Kumquat. Die hat jetzt schon neue Früchte angesetzt, hat ja im letzten Update geblüht und hängt jetzt entsprechend voll immer noch mit Früchten, die man nach und nach ernten kann. Also bei Kumquats kann man eigentlich rund um das Jahr immer Früchte ernten. Tja, das ist das Ergebnis übrigens von dem Wie man Salbei per Stecklinge vermehrt-Video. Alles voll mit Salbei. Das werden wir auch in diesem Video sehen. Und hier sehen wir nochmal den Erdbeerbaum, wie voll der hängt. Also das ist echt irre und da wird jetzt einiges reif werden, dann Richtung Winter hin. Jetzt sehen wir hier die Charnot-Feige. Da ist schon eine Frucht, die reif ist. Die haben nicht so einen langen Fruchtstiel, ist ein bisschen doof. Aber wir gucken jetzt einfach mal in die Frucht rein. Richtig schönes himbeerrotes Fruchtfleisch. So muss das sein. Und die schmeckt entsprechend auch echt gut. Ihr seht, ich habe hier diese Abwurzelungskugeln angebracht. Mittlerweile habe ich schon auf große Töpfe umgestellt. Die haben sich schon erfolgreich bewurzelt. Und da habe ich jetzt eben statt den Abwurzelungskugeln, die ich jetzt für den Anfang hier dran mache, schon Töpfe mit 5 oder auch 7,5 Liter dran gemacht, das da richtig durchwurzelt. Sobald es dann entsprechend durchgewurzelt ist, gehe ich mit der Schere dran und schneide die neue Pflanze praktisch ab. Ja, dann seht ihr da hinten die Bananen, die hier ohne Schutz ausgepflanzt sind, haben sich auch ganz gut gemacht. Den Mandelbaum habe ich schon abgeerntet. Da gibt es schon ein Video zum Thema Mandeln. Von daher, viel über den Mandelbaum muss ich jetzt nicht erzählen. Jetzt gucken wir weiter. Ich habe gesagt, japanische Wollmispel. Hier sieht man noch keine Blüte. Wir müssen wahrscheinlich tiefer in die Hecke. Und das mache ich jetzt. So, ab durch die Hecke. Und da hatte ich schon aus der Ferne gesehen, dass sich hier, ah, da ist ein alter Blütenstand, dass sich hier Blüten gebildet hatten, oder Knospen zumindest. Und das sehen wir hier. Schaut mal, richtig dicke Blütenknospen. Und da dieser Teil der Pflanze jetzt schön an der Hauswand steht, gehe ich davon aus, dass ich vielleicht nächstes Jahr Glück haben werde, dass hier Früchte dran sind. Das ist ein typischer Herbst-Winterblüher, die japanische Wollmispel. Und es gibt in Heidelberg eine ausgepflanzte Wollmispel. Und die bringt Früchte. Und das wird diese hier mit Sicherheit auch schaffen. Schauen wir uns nochmal hier die schönen Blütenknospen an. Und sobald die dann am Blühen ist, gibt es natürlich dazu auch wieder ein Update. Tja, jetzt muss ich mich hier wieder aus dem Dschungel vor dem Haus rausschlagen. Hat da jemand von euch eine Machete? Schreibt mal rein, ob ihr eine Machete habt. So, hier habe ich die nächste Feige. Das ist die Madeleine des Deux-Saisons. Hier sieht man an der Kugel schon richtig schöne dicke Wurzeln. Das heißt, demnächst kann man den Trieb natürlich dann auch abmachen. Noch besser sieht man das an der zweiten Kugel. Hier sind noch mehr Wurzeln vorhanden. Und dementsprechend wird die Pflanze auch gut vermehrt sein. Das Interessante ist an dieser Pflanze, es ist immer eine Frucht. Frucht, Frucht, Frucht. Hier ist bloß Mini-Früchte. Dieses Jahr hat die Pflanze komplett weiße Früchte geliefert. Da oben ist eine ein bisschen größere Frucht. Die werden auch nicht dunkler. Und das Fruchtfleisch ist total weiß. Also typisch und untypisch für die Pflanze an und für sich. Aber so ist das. Sie hat sich auch schon mal anders verhalten. Vielleicht ist das nächstes Jahr wieder anders. Jetzt gucken wir mal zu den Zitruspflanzen und Granatapfelbäumen. Also bei den Granatäpfeln schaut es jetzt so aus, dass es langsam Herbst wird. Da sind die Früchte jetzt auch langsam reif. Aufgrund mangelnder Wasserversorgung, da es hier extrem heiß ist und der Topf sehr klein ist, sind die Früchte auch nicht sehr groß geworden. Und die werden nächstes Jahr in 40 Liter Container gepflanzt. Und da besteht dann die Hoffnung, dass sie natürlich größere Früchte liefern werden. Die reinen Blühpflanzen hatten ja bisher eine mit den großen roten Blüten eine Frucht gebildet. Die anderen haben noch nicht geblüht. Die gelbblühende und die orange-weiß-blühende, da ist jetzt noch nicht so viel passiert. Und ja, ist okay. Dann haben wir hier hinten die Satsuma. Das ist ja die absolut beste Zitruspflanze überhaupt. Also wer keine Satsuma hat, der sollte sich auf jeden Fall eine zulegen. Die hängt voll, wie jedes Jahr. Das ist einfach der Wahnsinn. Und von der Kultur her ist die extrem einfach. Genauso einfach wie die Indium-Mandarin-Quad, die jetzt nach und nach nicht mehr so voll hängt mit den Früchten. Aber auch wirklich Qualitäten hat. Aber die Satsuma ist einfach um Welten besser. Den Granatapfel, den ich aus Samen selber gezogen habe, der wird nächstes Jahr Blüten hervorbringen. Ziemlich sicher. Er ist schon sehr, sehr groß. Und da müssen wir jetzt eben noch abwarten. Aber hat schon die richtige Länge von den Trieben ausgebildet. Da sind wir jetzt sicherlich schon bei 1,40 Meter Länge. Dann der zweite große Granatapfel. Da seht ihr, der ist komplett der Herbst ausgebrochen. Ist ganz normal um die Jahreszeit. Und da braucht man sich auch keine Sorgen machen. Und jetzt kommen wir als nächstes zum Mandarinenbäumchen. Der hängt richtig voll. Habe ich im letzten Video fast übergangen. Jetzt haben wir ihn hier richtig schön gewachsen. So, wen haben wir denn da? Das ist die Limette. Zumindest die vermeintliche Limette, die den Frostschaden hatte. Und bei der hatte ich, genau. Die hat zum einen nach dem Frostschaden, das habe ich euch ja gezeigt, dieses Jahr das erste wieder Früchte geliefert. Das erste Mal. Und ist jetzt wieder dabei, Blüten auszubilden. Und ihr seht auch von der Grundsubstanz. Das ist eine richtig dicke Pflanze. Hier sind auch nochmal Blütenknuspen. Den Pflanzen geht es echt gut. Und nur um es nochmal zu betonen, ihr braucht große Töpfe. Ohne große Töpfe geht das nicht. Zitruspflanzen oder Feigen oder sonst irgendwas in Töpfe reingequetscht. Das ist völliger Quatsch. Die Eureka-Zitrone. Die, wo man einfach so essen kann, die nicht wirklich sauer ist, aber ein richtig tolles Zitronearoma hat. Hat richtig dicke Früchte. Treibt hier auch wieder schön neue aus. Genießt die Temperaturen hier draußen. Und das halt eben. Gartenschlau. Eine Methode, die gut funktioniert. Ja, und diese Zitrus habe ich euch ja schon öfters gezeigt. Die ist, die Purscher Zitrus, ist interessant, bleibt aber sehr klein, wächst sehr langsam. Dann die Caracara Orange hat ja dieses Jahr nicht ganz so viele Früchte angesetzt, was einfach an dem Wetter lag. Ist aber nicht so dramatisch. Das macht sie dann nächstes Jahr sicherlich wieder besser. Ja, und dann kommen wir zur nächsten Pflanze. Das hier ist die Kugel. Ist interessant, dass jetzt die Blüten, sage ich schon, die Früchte deutlich größer werden als die anderen. Aber es liegt wahrscheinlich daran, dass einfach weniger Früchte aktuell vorhanden sind und sie die Kraft in die einzelnen Früchte stecken kann. Dementsprechend werden die Früchte insgesamt dann größer. Oder hinten, die Eureka-Zitrone. Ich habe die gelbe Frucht schon geerntet, aber die zweite Pflanze hat auch schöne Früchte angesetzt und so muss das sein. Richtig cool. Ist so eine Zitruspflanze, die ich euch auch empfehlen würde. Wenn ihr sie findet, kauft es auf jeden Fall Eureka-Zitrone. Ist jetzt momentan auch bedingt durch die Temperaturen ganz stark am Austreiben. Macht aber auch nichts. Ich denke mal, bis die ersten richtigen Fröste kommen, die den jungen Trieben gefährlich werden könnten. Da können wir uns noch ein bisschen zurücklehnen. Aber das heißt nicht, dass man den Wetterbericht nicht beobachten sollte. Jetzt gucken wir hier. Mein Orangenbaum. Da habe ich allerdings keine genaue Bezeichnung für die Orange. Aber hat auch schöne Orangen ausgebildet. Macht auch schöne Austriebe. Hier überall an den schönen Blättern. Schauen auch insgesamt richtig gesund aus. und richtig dicke Orangen. So muss das sein. Tja, und der Mandarinen- oder Klementinenbaum, der hier schon seit Ewigkeiten Probleme hat, treibt jetzt hier kräftig aus. Und ich denke mal, das ist so der Hinweis, weil ich hatte ja schon öfters überlegt, wo ich sie zurückschneiden sollte, dass ich sie hier abkappen werde. Direkt da, wo sie austreibt. Und die ganze Energie in diesen Trieb hineinleiten werde. Das heißt, der obere Teil wird kompostiert. So, jetzt kommen wir zu den letzten Pflanzen. So, die letzten Pflanzen sind hier die Ananasguaven. Dieses Jahr nicht ganz so viele Früchte. Bisher sind die meisten irgendwie abgeworfen worden. Wahrscheinlich auch einfach wegen der Witterung oder der Winterwitterung geschuldet. Das wird nächstes Jahr mit Sicherheit wieder besser werden. Da schauen wir mal, dass es nächstes Jahr besser klappt. Aber dafür hat dieses Jahr die Edweerguave, wie ich sie euch schon öfters gezeigt habe, wirklich richtig gut funktioniert. Und dementsprechend will man sich nicht beklagen, weil Edweerguave ist mindestens genauso cool wie Ananasguave. Und ja, die Pflanze ist auch wieder richtig schön dicht. Und die Früchte sind so circa in einem Monat, schätze ich mal, reif. Ja, das war das Update von den Pflanzen vor dem Haus. Und wenn ihr weitere Fragen habt, gerne in die Kommentare, Daumen hoch, Kanal abonnieren und tschüss. Ja.